ja weiter geht es hier jetzt beim et beim ets sage ich jedes mal ets komischerweise ist es aber nicht entschuldigung ein bisschen erkältet er nein nun jetzt herzlich willkommen jetzt hier weiter zum um sie let's play immer noch auf der map steinkirchen und wir fahren jetzt weiter von da von die josef heidstraße geht es jetzt weiter zum wasser fahren ich wünsche euch viel spaß guter in der handlung und jo dann geht es auch jetzt weiter nächste haltestelle fassen stein straße genau ihr wollt doch mal dass ich ein anderes let's play machen auf einer anderen karte dann sagt es mir einfach welche kann ich fahren so und ich werde sie dann gegebenenfalls in einem let's play fahren ja 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 Schuss, schuss. steinkirchen altstadt zur s2 bitte hier aussteigen genau hier sind wir bei der s2 ob da in der nähe ob da irgendwo in der nähe in der s-bahnstation ist weiß ich nicht aber naja man munkelt da ist mein gott fand ich scheiße schossen heihe heihe deswegen haben wir noch gehalten ich weiß warum So, was draußen hier steht, so, und Wasserfall, Steinkirchen-Ost, sehr schön, so, und jetzt geht's auch wieder weiter, oh, 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 ja, genau jetzt. Unser nächster Halt, Heiliggeistkirche. Die Heiliggeistkirche, genau, aha, wie man sieht, und, oh, ui, ist aber ein schöner Stau. Aber wir müssen jetzt hier nach Heiliggeistkirche, genau. So, und weiter geht's. Steinkirchen-Altstadt-Theaterplatz. Genau, Theaterplatz hier in Steinkirchen. So, jetzt mal schauen, wie wir da rumkommen. Oh mein Gott, fahren die scheiße. Die fahren nicht scheiße, die fahren scheiße. Wenn sie sehen, was die Leute hier sprechen, hi, ich hab dir gar nichts gemacht, kein Unfall, nix. Dann fahr doch besser, Mensch, mein Gott. So, jetzt ist das interessant, ich muss auch noch hier raus sein. Ah, halt, 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 hallo, Bus? Boah, super, danke schön. Da komm ich noch durch, da pass ich noch durch. So, ja, welche Karte soll ich als nächstes fahren? Schreibt mir das in die Kommentare, und ich werde sie dann gegebenenfalls an Walten setzen. Vielleicht werde ich mich auch wieder hinter steuern und werde Ruau fahren, die Karte von Carsten. Ruau 1 auf jeden Fall gerne. Ruau 2, wenn die rauskommt, auch gerne. Denn Ruau war immer schon bekannt für seine schönen Strecken. Und, ja, warum denn nicht? Ich könnte ja auch alte Karten fahren, wie Pelsheim oder irgendwas, aber schreibt es einfach mal in die Kommentare rein. So, ich mach jetzt hier an der Kirchwaner Landstraße eine Pause wieder und werde mich dann gleich wieder. Und, ja. So, ja. So, ja. So, ja. So, ja. So, ja.